B&U hat ja vor einiger Zeit die erste Skincare-Linie gelauncht und ich durfte die Produkte testen. Ich benutze sie jetzt seit ein paar Wochen regelmäßig und zwar jeden Morgen und Abend und nehme euch heute mal mit bei meiner Daily Skincare-Routine sozusagen. Ich komme gerade frisch aus der Dusche, meine Haut ist gereinigt und jetzt zeige ich euch mal, wie ich die Produkte auftrage. Als erstes benutze ich immer das Augenserum. Das ist wunderbar für die untere Augenpartie und zwar nämlich so ein bisschen mit der Pipette auf. Man gibt minimal ein paar Tröpfchen auf den unteren Augenbereich und dann masse ich das Ganze so ein wenig ein beziehungsweise klopfe das ein, da die Haut unter den Augen ja besonders empfindlich ist und man da ja nicht reiben sollte. Anschließend verwende ich dann das Face Serum. Ist quasi auch ölhaltig und auch hier nehme ich mir die Pipette voll und das ist super ergiebig. Das heißt, ich nehme immer nur einen kleinen Tropfen und verteile das Ganze dann im Gesicht und massiere das so ein bisschen ein. Und ja, das Öl ist super ergiebig und fühlt sich total schön auf der Haut an. Stöne nicht vergessen. Ja, und das war es dann auch schon. Ich habe tatsächlich auch noch die Creme von B&U. Die ist so ein bisschen was dickflüssiger. Die verwende ich, wenn ich Make-up drauf hatte und ich das Gefühl habe, meine Haut ist so ein bisschen ausgetrocknet oder braucht viel Feuchtigkeit. Da nehme ich die Creme. Die zieht auch sehr schnell ein, fühlt sich besonders toll an auf der Haut und gibt einem nochmal das Gefühl, dass man seiner Haut was ganz Besonderes, Gutes tut. Also, unglaublich toll die Produkte. Ich verwende sie mittlerweile jeden Morgen und jeden Abend. Sie sind super schnell und leicht aufzutragen und fühlen sich sehr, sehr schön an auf der Haut.